Hallo Leute, ich bin's wieder, die Jasmin. Ich hab grad ein Päckchen gekriegt. Und zwar von Trendreider. Das ist ein Shop, der macht nachhaltige Sachen. Und da kann man sich Monatspakete bestellen oder auch ein Abo machen. Bleibt bitte da, Schatzl. Und das ist jetzt mein zweites Paket, was ich mir mal bestellt hab. Einfach mal zum Ausprobieren. Und ja, jetzt schauen wir mal, was drin war. Die erste hatte ich mal eine vegane Box und diesmal hab ich eine Classic Box. Und jetzt schauen wir mal, was drin ist. Und wenn es mir gefällt, mach ich vielleicht auch ein Abo. Das würde heißen, jeden Monat gibt es halt etwas dazu. Das muss ich mal aufkriegen. Er ist nämlich auch schon ganz neugierig, was denn da feines drin ist. Du bleibst da, habe ich gesagt. Ganz viel Papier erst mal. Ja. Papier, ja. Ja. Hier ist dann immer ein Heft drin, was da drin ist. Und von wem das hergestellt worden ist. Was es im Normalfall kostet. Rezepte sind mit drin. Ein paar Bastelsachen und, und, und. Dann ist immer, wer es verpackt hat, mit dabei. So, Schatz, du bleibst zu zehn. So, was ist denn diesmal drin? Ich sehe hier schon sehr gut aus. Quinoa Chips. Nicht? Wilde Paprika Geschmack. Bin ich mal gespannt. Mit drei Prozent Schia. Oh, das ist eine schöne Sache. Ja. Ja, Schatzi. Eine Schokomilch. Das heißt eigentlich eine Kokosmilch, weil das ist keine Milch, sondern da ist Kokos drin. So sehe ich das jetzt hier. Ja, schauen wir mal. Eine echte Alternative mit Kokosmilch, mit Calcium und Vitamin B12 und D2. Das sind übrigens zwei ganz wichtige Vitamine. Egal ob Vegetarier, Veganer, Allesesser. Ist für jeden wichtig. Dann ein paar Socken für mich. Die sind ja putzig. So ein gestickter Apfel drauf. Apfel, ja. Ja. Und sogar meine Größe. Äh. Ne, die passen mit mir, Schatz. Hm, Mama? Ja. Oh, super. Vitamin B12. Das finde ich super. Hm? Das ist ganz toll. Für die ganze Familie. B12 Family. Das ist gut. Ab drei Jahren. Das ist toll. Passt genau. Oh, diese Sorte kenne ich noch nicht. Ein Kuawach. Orange. Kuawach trinke ich immer gerne mal. Ist super lecker. Da. Ui. Eine Schokolade. Bleibt da. Eine Schokolade. Vollmilchschokolade mit Brezeltoffis. Na ja, schauen wir mal. Hier. Belgische dunkle Vollmilchschokolade mit Brezelstücken und Toffee. Eine Fairtrade. Da bin ich mal gespannt. Du bleibst da. Nicht in die Kamera rein. Ach, sieh. Ja. Dann ein Streugold Zimt Vanille. Ah, geschotete mit Apfelsaftkonzentrat umhüllte Leinsamen mit Sonnenblumenkern, Fruchtflocken und Erdmandeln. Das ist auch richtig was Gutes. Habe ich zwar noch nicht ausprobiert, aber ein schönes Topping, wo ich ja immer gerne Müsli esse. Du bleibst da, habe ich gesagt. Ja. Was ist denn da noch falsch? Oh. Eine mineralische Körperpflege für die gesunde und klimatische Haut. Ein basisches Badekonzentrat. Sieht auch gut aus. Jetzt fängt eh die Badesaison an. Ich bin mal gespannt. Schauen wir mal. Oh nee, das klicke ich so jetzt nicht auf. Naja, schauen wir mal. Baden ist immer schön. Dann Aprikosenkernöl, Pflegebalsam. Pflegebalsam. Ja. Ein bisschen. Dann ist noch drin eine Kartoffel Handbalsam. Ja, Schatz. Eine Handcreme mit Kartoffeln drin. Ja, das haben ja die Leute früher schon gemacht. Laura in Kartoffeln genommen und sie in Kartoffeln stampft und die von der Ernte trockenen Hände ein bisschen mit eingerieben und einwirken lassen. Jetzt werden die hier ganz zart. Ein Fleischhatz und eine Clean Peelmaske Heilerde für alle Hautzüten. Da habe ich noch mehr drin. Dann ist hier noch ein Bambusbecher drin. Aus Bambusfasern. Das ist auch cool. Schauen wir mal. Wo das rausgeht. Geht nicht auf. Ah. Ja, aufschneiden. Mach mich auf. Schauen wir mal. Das ist ein bisschen flüchtig einfach. Ja, jetzt hab ich es. Oh ja. Schön. Bambusfasern. Wo schliegt das schön? Da wird aber nicht spülmaschinenfest sein, schätze ich mal. Ich hab nämlich neulich mal einen Bericht über diese Bambusgeschirr-Sachen. Ja. Darfst du die angucken? Ja. Hm? Schön festzuhalten. Ja. Das ist eine Zeitschrift. Flau. Die hab ich noch nie gesehen. Oh ja. Da. Da bin ich mal geschmackt. Mama. Da. Ich werde euch berichten. Da. Ist das mein? Mama. Da. Ja, Schatzen. Nicht wegschmeißen. Ach, der Bambusbecher, da ist noch eine Beschreibung extra mit dabei. Ohne für Vitamin B12 eine Beschreibung. Entschuldigung. Mit Dosierung, Verabreichungsart, wofür es gut ist, etc. Aber ich nehm von Haas ja schon Vitamin B12 oder eigentlich die ganze Familie. Weil ich hab schon hinter mir einen Vitamin B12-Mangel. Das dauert nämlich 5 bis 10 Jahre, bis man das merkt, dass man diesen Mangel hat. Mama. Gleich, Schatz. Und führt zu in... Wie haben sie es gesagt? Zu nicht reparierbaren Schäden. Nervenschäden. Ich hab's halt in den Händen und in den Füßen. Deswegen achte ich jetzt sehr darauf, dass wir immer Vitamin B12 kriegen. Außerdem ist es für die Nerven auch gut. Ja, das war's für heute wieder. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wahrscheinlich werde ich mir für nächsten Monat wieder eins bestellen. So, diesen Monat sind wirklich sehr, sehr schöne Sachen. Im letzten Monat waren es zwar auch schöne Sachen, aber diesen Monat sind es sogar noch schöner. Also dann, tschüss!